Hallo, grüß dich liebe Freunde von KryptoTV bis jetzt. Ich habe mir wieder ein paar Briefe hier ausgedrucken lassen. Soll ich mir meinen Stick raus. Dann schauen wir mal kurz raus und dann erkläre ich, um was es da bei diesem Briefwechsel schon wieder geht. Denn ich habe wieder Post bekommen. Und wenn man Brieffreundschaften pflegen will, muss man natürlich auch wieder zurückschreiben. Ich zeige jetzt einfach einmal ganz kurz. Da habe ich mal kurz den Datenstick weg, da wo ich meine Antwort schreiben, aufgespeichert gehabt habe. Brieffreundschaften. Schauen wir so aus. Ich habe da 19 gelbe Briefe bekommen. 19 Stück. Da stehen dann Aktenzahlen drauf, wie die ich verglichen habe da haben mit meinen Verordnungswidrigkeiten gegen das Tragen der Maskenpflicht. Stimmen die alle überein. Also 18 Stück. Ich kriege jetzt anscheinend das finale Schreiben. Wahrscheinlich schreiben sie mir, dass ich wegen dem ins Gefängnis muss. Ich hole die Zettel jetzt dann da drinnen ab. Los. Ich lese sie jetzt ein. Die gelben, in blaue Briefe. Und dann gehen wir noch auf mein Schreiben ein. Ich habe nämlich an den Van der Bellen geschrieben und einen Beschwerdebrief bezüglich der Demonstration am Bahnhof am 9.1. Okay dann, bis gleich. So, da, la. Jetzt haben wir unsere Briefchen abgeholt. Meine Briefchen habe ich abgegeben. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was ich so kriege. Ihr seht, da ist einiges besommen. Es sind jetzt 18 RSA-Briefe und ein RSB-Brief. Das heißt einmal, habe ich jetzt schon was vorbereitet. Also einmal den RSB. Wegen Datenschutz. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn Briefchen. Also 18 Briefe ja schon mal wieder, weil ich 18 Mal draußen im freien Himmel keine Masken tragen habe. So schaut es aus, wie ein Absurdistan, gell. Machen wir mal einfach mal einen von den vielen auf. Da wird ja immer alles selbe drinnen, steh, schätze. Ah ja, habe ich mir doch gedacht. Also 18 Mal kriege ich jetzt eine Aufforderung, um meine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten. Ja, an Herrn Roman Reuter, bla bla bla, ta 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 ta, Aufforderung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe. Aus der Strafverfügung des Bürgermeisters des Landeshauptmanns Salzburg vom 8.2.22 Geschäftszahl, bla bla bla, wegen Übertretung nach dem Epidemiegesetz ist noch folgende Geldstrafe zu vollstrecken. Geldstrafe von 400 Euro, Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Tagen. In Wien bin ich auch schon wegen der Maske auf der Demo beanstandet worden. Da waren es mittlerweile zwei sogar schon 500 Euro pro Maskenverstoß. Also da sind es einmal 400 Euro, fünf Tage Ersatzfreiheitsstrafe in Wien. Da bin ich mir aufgehalten worden wegen Maske und Abstand. Das hat mir 100 Euro insgesamt gekostet und musste dafür acht Stunden Ersatzfreiheitsstrafe einbüßen. Habe ich noch nicht gemacht, aber so wurde es mir anberaumt, dass wenn ich die 100 Euro der Strafe aus Wien, wo ich auf der Wiener Demo war, wenn ich also die 100 Euro nicht einzahle, dann muss ich für acht Stunden ins Gefängnis. Die Salzburger Polizisten, die betreiben totale Willkür bei mir, weil ich als Reporter eine Reuntatenarbeit gefilmt habe, wenn sie werden zusammengeschaut haben, zusammengeschlagen haben. Und deswegen betreiben sie Willkür und verlangen von mir oft 500 Euro, vier bis 500 Euro. Und das sind vier bis fünf Tage Haft. Vier bis fünf Tage Haft für denselben Akt in Wien, wo ich nur für acht Stunden ins Gefängnis muss. Nur mal so viel dazu, gell. Tja, das habe ich jetzt da alles da so drinnen. Ich kann es eh abkürzen, ich brauche das alles nicht vorlesen. Mit allen Strophen zusammen wegen der Maskenübertretung muss ich für 67 Tage ins Gefängnis. 67 Tage. Das sind ein bisschen mehr wie zwei Monate. Das sind insgesamt von einer Geldstreife von so an die roundabout 7000 Euro. Nur weil ich unter freiem Himmel keine Masken tragen habe. So viel mal dazu. Naja, deswegen habe ich jetzt unseren Bundeskanzler einen Brief geschrieben. Ich habe mir da eine Kopie auch noch ausgedruckt, nicht nur den Ohren weggeschickt. Und im Zuge des habe ich den Herrn Salzburg am 29.7.2022 sehr geehrter Herr Van der Bellen. Dass Sie aktuell noch der amtierende Bundespräsident der Republik sind, erlaube ich mir, Roman Reuter, Sie als ersten Mann im Staat mit diesen Zeilen um Hilfe zu bitten. Wie Ihnen als Staatsoberhaupt ja wahrscheinlich bekannt sein dürfte, wurde dieses Land in den letzten 850 Tagen durch diverse Krisen erschüttert. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dabei gegen jene willkürlichen Maßnahmen aufzustehen, die die von Ihnen selbst gerühmte Schönheit der Verfassung in Mitleidenschaft gezogen haben. Als einst mal stolzer, aber immer noch mündiger Staatsbürger und Steuerzahler, habe ich mein verbrieftes Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrgenommen und an unzähligen angemeldeten und polizeilich genehmigten Kundgebungen teilgenommen. Da diese, sowohl was deren Sinnhaftigkeit als auch Größenordnung angeht, stets unter freiem Himmel stattfanden und ich im Interesse meiner eigenen Gesundheit, man könnte auch sagen meiner körperlichen Unversehrtheit, keine FFP2-Maske, sprich eine Arbeitsschutzmaske, die laut Arbeitnehmer-Schutzgesetz einstmals unter idealen Bedingungen nicht länger als 75 Minuten getragen werden durfte, getragen habe, wurde ich für dieses Vergehen mehrfach von der Polizei wegen Maskenverstoßes angezeigt. Tatsächlich sehe ich als medizinischer und juristischer Laie keinen Unterschied zwischen meinen ungefilterten, ausgeatmeten Aerosolen und jenen meiner Mitstreiter, die aufgrund eines ärztlichen Attestes vom Tragen einer solchen Maske befreit sind, beziehungsweise jenen, die ohne politisch unbequem zu sein, einfach so an der frischen Luft spazieren gegangen sind. Während also einige wenige von der Polizei angezeigt wurden, blieben die anderen wieder der ach so großen Bedrohung seitens des Virus und seiner Mutationen als völlig unbehelligt. Es liegt mir völlig fern, eine entsprechende Bestrafung der anderen unmaskierten Mitbürger zu fordern. Ganz im Gegenteil möchte ich keinen Hehl daraus machen, dass ich diese gesamte Maskerade für ebenso heuchlerisch wie sinnbefreit hielt und dies immer noch tue. Eben, diese Einstellung hat mich zugegebenerweise dazu bewogen, auch sonst im alltäglichen Leben, also beim Einkaufen, sowie beim Fahren mit dem Öffi, auf die besagte FFP2-Maske zu verzichten. Sie, sehr verehrter Herr Bundespräsident, werden sich jetzt möglicherweise fragen, was Sie mit alledem zu tun haben. Nun, da meine Weigerung, den verordneten Mundschutz zu tragen, dazu führte, dass ich, wie erwähnt, mehrfach angezeigt wurde und viele meiner Einsprüche leider seitens der Gerichte nicht anerkannt bzw. von Anfang an schlichtweg ignoriert wurden, sehe ich mich mit einer Unzahl von Strafverfügungen, Abweisungen und in weiterer Folge Mahnungen konfrontiert und bin, ehrlich gestanden, weder bereit und inzwischen aufgrund der hohen Mahngebühren auch gar nicht mehr imstande, die dafür beanschlagten Summen zu begleichen. Folge dieser oben erwähnten Zahlungsverweigerung bzw. Unfähigkeit ist, dass ich mich zum Absitzen einer nicht unerheblichen Zahl an Ersatzfreiheitsstrafen gezwungen sehe. Da es sich bei diesen erwähnten Ersatzfreiheitsstrafen nicht nur um ein paar Tage, sondern um über zwei Monate handelt, was nicht nur einen entsprechenden Entzug meiner Freiheit, sondern höchstwahrscheinlich auch den Verlust meiner Wohnung sowie eine weitere Verschuldung durch die Nichtzahlung laufender Kreditraten etc. nach sich ziehen würde, bitte ich Sie als Mann mit dem höchsten Amt ins Staat um Hilfe. Natürlich ist mir bewusst, dass Sie meine Einstellung höchstwahrscheinlich weder teilen noch nachvollziehen werden. Dennoch hoffe ich, dass Sie nicht nur, weil Wahljahr ist, bereit sind, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Ich glaube, dass in Zeiten, in denen die Bevölkerung gespalten ist, wie niemals zuvor in der Geschichte der Zweiten Republik, eine solche Geste mehr als heilsam wäre. Es würde mich daher nicht nur persönlich, sondern für das ganze Land freuen, wenn Sie sich, wenn man so will, für eine Präsidentenamnestie einsetzen würden. Dieser Akt der Größe wäre ein wahrhaftes Symbol, die Gräben in diesem Land tatsächlich zuzuschütten zu wollen und würde zudem verhindern, dass ein unbescholtener Bürger die Kontrolle über seine ohnehin nicht gerade einfache Lebens-, Wohn- und Finanzsituation zur Gänze verlieren würde. Außerdem denke ich, dass meine Inhaftierung keinerlei realen wirtschaftlichen oder sonstigen Nutzen für dieses Land hat, sondern stattdessen wohl eher sinnlose Kosten produzieren würde. In diesem Sinne bitte ich Sie mir und hunderttausenden anderen Bürgern zu beweisen, dass in diesem einzigen liberalen und inzwischen zur Wahldemokratie verkommenen Österreich-Menschlichkeit und ein auf wissenschaftlicher Logik statt auf offensichtlicher Willkür basierendes Rechtssystem immer noch tragende Säulen im Umgang mit der Bevölkerung sind. Vielen Dank. Hochachtungsvoll, Roman Reuter. Ja, jetzt wo ich das Video mache, muss ich schon ja wegen der Ehrenbeleidung, die ich ja angeblich, ich betone angeblich, an einem Polizisten getätigt habe, ab morgen schon für 45 Tage ins Gefängnis, also für eineinhalb Monaten. Diese Schreiben hier, die ich jetzt bekommen habe, da habe ich ja immer so vier Wochen Zeit, Einspruch zu erheben, wenn diese nicht stattgegeben werden. Einspruch kann ich kein mehr erheben. Ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt also das zahle oder in den Hefen muss. Da habe ich vier Wochen Zeit dafür. Das heißt, dass ich nach den 45 Tagen gar nicht rauskomme, sondern gleich umstandslos zwei Monate zusätzlich noch dran kriege. Das heißt, ich bin jetzt dann für dreieinhalb Monate weg. Wie es mir jetzt helfen kann, ich verlinke euch unter der Videobeschreibung, da habe ich ein anderes Video gemacht. Wie es mir jetzt noch helfen kann, ist, dass es Radau in Demonstrantenmanier natürlich macht. Und zwar dieses Mal vielleicht vor dem Gefängnis in Buch-Urstein werde ich landen. Wer weiß, als dieser schwerstgefährliche Mensch komme ich vielleicht auch noch nach Stor. Man wird es sehen. Zumindest bitte ich jetzt euch um eure Hilfe, denn ich habe alles gegeben, was ich noch konnte, mehr als die meisten anderen. Ich bin noch immer der Meinung, dass meine Art und Weise der Handlung die einzig richtige war. Leider auch eines der seltensten war. Ich würde, wenn ich vor die Wahl gestellt werden könnte, alles genauso wieder machen, wie ich es zuvor gemacht habe. Ich bereue nichts. Ich bereue nur, in einem faschistischen Staat mich rumtreiben zu müssen. Manche Leute sind abgehauen, in ein anderes Land, aber so bin ich nicht. Ich kämpfe um die Freiheit auch unserer Nachkommen. Um mir selber geht es mir eigentlich gar nicht. Denn ansonsten hätte ich ja auch die Sozialstunden antreten können, um mir das Gefängnis zu entgehen. Aber ich unterstütze das alles nicht. Mein Handy läutet. Gehabt euch wohl. Danke für die Aufmerksamkeit. Jan Monon. Grüß dich.